Zur Vorbeugung von Lymphstau bedient man sich der Technik der Muskelpumpe. Bei aufrechtem Sitz wird ein Bein gestreckt und der Fuß kreist im Sprunggelenk 12 mal rechts herum und 12 mal links herum. Dann folgt der Wechsel zum anderen Bein. Hierbei ist die Wirbelsäule in neutraler Position muskulär fixiert und die Atmung verläuft in ruhigem Rhythmus.